Der Schauspieler Jonathan Majors muss sich nächste Woche wegen angeblicher Körperverletzung und Belästigung vor Gericht verantworten, die auf einen gemeldeten Vorfall häuslicher Gewalt im März zurückgehen. Eine sechsköpfige Jury wurde am Donnerstag für den Prozess ausgewählt. Die Anklage gegen Majors lautet auf acht Fälle von leichter Körperverletzung und Belästigung, die mit einer Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden können. Sein Anwalt hat auf nicht schuldig plädiert. Majors erschien vor Gericht an der Seite seiner Freundin Megan Goethe und verbeugte sich vor den Geschworenen, als diese den Saal betraten. Die Geschworenen wurden gefragt, ob sie vor der Verhandlung entsprechende Videos gesehen haben und ob sie möglicherweise voreingenommen sind. Richter Gaffey entschied, dass die Verhaftung von Grace Jabari, die in den Vorfall verwickelt war, vor Gericht erörtert werden kann, da Majors eine Klage gegen sie eingereicht hat. Der Prozess wird voraussichtlich etwa zwei Wochen dauern. wird aber auch zehn Jahre lang genutzt. St gerneone noch nicht zu etwas angeordnen.